... sind wir 15 mal Weltmeister. Schau mal an, 180, er kann und jetzt ein ganz, ganz wichtiges Maximum für The Power. Das sind jetzt wirklich Aufnahmen in letzter Not. Ja, 4-3, 4-4, alles ist doch noch möglich. Der Kampf wie ein Verbiegert. Oh, das war die Triple-Ais abschließend. Damit egalisiert er seine 180 von zuvor. Oh, jetzt noch einer, dann ist der im Finishbereich. Er braucht nur noch einer. 171, Taylor muss 108 Punkte mindestens werfen. Um sich einen Checkout zu stellen. Das ist eins. Noch einer und dann ist er wieder im ersten, im Finishbereich. Nein, das ist nicht genug. Beide noch immer gleich, die drückt. Das wird immer höher. Der Teller winkt ab. Ja, aber die Drück ist noch immer da, glaub mir. Schau mal an, 25. Das ist nicht genug. 45. Das muss Phil benutzen. Hier muss er Minimum 100 werfen. Und da warten natürlich auf Webster jetzt auch noch die allerschwersten Darts für ihn. Ja, die Finish. Ja, das ist es. 96, 82 Rest. 126. Die erste Möglichkeit zum Sieg über Taylor. 107 Rest. Tipo 19 für Bull. Nein. Triple 7. 86 Rest. 61 Rest gegen 82. Normalerweise sagt man, dass für jeder Falle ein Dart für die Doppel bekommt. Triple 14 oder Bull 17. 17. Ui, ja, 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 ja. Ist der weit weg. 79. 22. Ein Dart für der Ball. Ohhhh. War das die Entscheidung? War das die Entscheidung, liebe Zuschauer? 61 Rest für Webster. Singobu 15, 9, 7, 54. 14. Matchstart. Matchstart. Jaaaa. Schau mal an, schau mal an. Gibt's das denn? Geschichte. Das ist Geschichte. Und wie, wie vorher macht ihr das? Rehmen von Barnefeld und Phil Taylor scheiden im Viertelfinale der WM 2011 aus. Das ist auch Charakter, dass Phil dort steht. Ganz ruhig. Er wüsste, dass ihr sehr schlecht gespielt habt. Für seinen Weg. Mark Webster bezwingt die Power. Er revanchiert sich für das 0 zu 6 im letzten Jahr im Halbfinale. Und damit ist er also der Halbfinalgegner von Adrian Lewis. Adrian Lewis gegen Webster und Terry Jenkins gegen Gary Anderson.